naja die schere brauchen wir natürlich zwar hier gleich mal das telefon so ich wette wenn ich jetzt ein paar schritte gehe leute gleich das telefon ich habe mich nicht ich konnte mich nicht daran erinnern mir wovon redest du ich liebe euch beide über alles ich musste ich musste es tun irgendwas hat also mir uns verheimlicht sieht aus könnte man hier etwas einsetzen juckt sieht wohl wirklich so aus und hier können wir es aufschließen wenn das hier wieder dieses haus dieses haus alter bleib oben ich speichere mal ab so wir können wieder mit dem ersten speicherpunkt anfangen so jetzt können wir mal sie aufschneiden und dass sie untersuchen ah messenscheibe und der raum ist blau sehr gut und damit warte mal bevor wir jetzt weiter gehen schauen wir uns das kurz nochmal das hier an so so das war der vogel und das waren glaube ich drei verschlossene augen oder genau vogel und drei verschlossene augen merken sie das einmal wir gehen jetzt mal hier lang genau setzen wir mal die messenscheibe ein ok ok dann können wir eh nur die zwei sachen durchsuchen das wird dann wohl das hier sein und hier haben wir das hier genau ah shit ja wenigstens hat die puppe uns nicht nicht unsere taschlampe gestohlen äh ... ... ... ... ... ... Alter Brunnen. Ähm, Schlüssel-Sicherungs-Kasten. Das ist die Puppe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dieselbe. Was war das? Ich habe mich gerade übelst verschrocken schon wieder. Ich habe mich gerade übelst. Und jetzt ist der Strom ausgefallen außerdem. Jetzt ist es aber wirklich die Puppe. Und, oh Gott. Ich weiß nicht, ob alles gut wird. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr durch. Können wir bitte noch abspeichern, ja. So. Das, was jetzt passiert. Jetzt lasse ich es einfach unkommentiert. Da kann sich das jetzt... Alter Schwede. Dass ich jetzt ein bisschen ruhiger bin. teachersäbери. Ich полigiere mich wieder. Großartig. Hier ist es der wahre Horror. Alter. Schnell zum Sicherungskasten. Schnell zum Sicherungskasten. Alter, die Musik. Schnell zum Sicherungskasten. Ah, ich hab müssen ja... Ah, shit. Hier lang, Tür der Mutter. Ich find das gar nicht witzig. Okay, Musik beruhigt sich. Ich glaub, wir haben jetzt kurz ein Mal einen Moment der Stille. Alter, Tür. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal dieser Stelle war. Ich hab aber nur so gedacht, what the fuck. Und das denk ich mir jetzt gerade auch. Relief eines Kinds. Das Relief aus dem Sicherungskasten des Fahrstuhls im Flur. Es zeigt ein Kind. Jetzt ist es mir wieder zu ruhig. Ich brauch halt fast noch ein kurzes Bild von dem... Ich würde es nicht mehr Baby nennen, ich würde es Monster nennen. Damit ich vielleicht noch ein cooles Thumbnail noch hinbekomme. Schlafzimmer. Sicherung. Sicherung. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall mal alles, alles blau. Ah, barriers! Oh Gott. Alter, Alter, Alter. Wacke mich, ich hab mich umdrehen. Kannst du als Türen benutzen? Alter, Alter! Alter! Auf Wiedersehen! Ja! Alter, Alter! Alter! Und tchau, ich habe dir vor, Alter. Aber wenn das noch rennen könnte, das war ja der absolute Horror. So, wir müssen da hin. Ganz locker und chillig. Okay, doch nicht mehr so ganz locker und chillig, weil... Auf einmal da ist... Kann ich nur noch mal abspeichern. Ja. Ah, wir abspeichern. Und jetzt auf den Sicherungskasten. Also, vielleicht sollte ich den Aufzug rufen. Nein. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, da habe ich mein Pfandmeld. Alter Schwede. Alter Schwede. So. Auch wenn es sich nicht so anhört, aber das Schlimmste haben wir überstanden. So, das heißt, überall Puppen. Falls euch noch nicht aufgefallen ist. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Hm? Hm? Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich treten. Tag, Tag. Wir spielen um dein Leben. Warte. Warte. Na los, such mich. Ich such dich. Alter, so gut einfach dieser Part. So fucking... Alter. Gut. So, wir müssen jetzt die Puppe finden. Gut, dass ich nicht mehr weiß, wo die war. Auch der Musik, der Soundtrick hier ist sehr cool. Alles sehr cool. Gut, ähm. Wenn wir sie übrigens nicht schnell genug finden, dann passiert was. War sie oben? Ich glaube, sie war oben. Hier ist sie. Wenn es raus nicht gäbe, dann wäre alles... Scheißmonster. So, es geht in die zweite Runde. Coolste Gräfin. So, jetzt ist sie, glaube ich, in dem Gang, wenn ich mich... Ah, man erkennt es auch ein wenig, ähm, Blut hier. Doch nicht hier. Da. Gehst du mit Ross auch so um? Nur, wenn es nicht brav ist. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Doch mal oben. Dritten Mal, weil sie ist jetzt nicht mehr, wo sie war. Oder war sie jetzt vielleicht da beim Gang? Hier ist sie. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was, das? Das war's. Mia, ich biege das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Äh, ja. Suchen. Mit der viergeflügelten Schlüssel kombiniert. Schlüssel mit viergeflügelten Embryo. So. Sie haben ihre verlorene Habsseligkeiten zurückgelangt. So, da haben wir die Puppe, Angie. Können wir das mitnehmen? Ohne Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Das habe ich leider nicht mehr lesen können. Irgendwas finde ich aber noch. Achso, natürlich. Natürlich das hier. Die Beine. Nummer zwei. Ja, und jetzt ist hier alles blau. Und jetzt sind wir auch fertig. Ja, also ich habe schon gesagt, das war der coolste Part vom gesamten Game. Leider viel zu kurz und wie gesagt, auch die Figur sehr spannend. Und man sich da mal ein bisschen erkundigt, ein bisschen googelt zur Hintergrundgeschichte von Dona Benevento. Extrem spannend. Und auch so ein bisschen die Theorien sich überlegt. Gerade was den Endkampf betrifft. Wenn man sich überlegt, das erfahren wir jetzt glaube ich gleich, dass wir das alles nur halluziniert haben. Und Dona Benevento, beziehungsweise die Puppe, auf die wir die ganze Zeit eingestochen haben, das war Dona Benevento. Und wenn man jetzt so überlegt, dass sie sich die ganze Zeit hier im Haus versteckt hat. Und wir rennen ihr nach mit einer Schere und schlagen mit der Schere auf sie ein. Könnte man meinen, oder könnte man sich fragen, war sie das Monster oder waren wir das Monster? Nur so ein kleiner Denkanstoß. Aber gut, dann lassen wir jetzt dieses Haus hinter uns. Und ja, sagen Ciao zu den Beneventos. Aber wir können doch mal rennen. Okay. Es ist immer drauf. Wir müssen nach dem Geschwコsten stellen. Wainsبي zu Naty, Frei. Das ist bestimmt so.